Servus grüß euch, Herzlich Willkommen, ich bin dir Sammich. Wer zu kommen heute? Arcade Tycoon für Roblox meine Freunde. So, Willkommen bei Arcade Tycoon meine Freunde. Hier kannst du deinen Gelidens an meine Freunde. Additionally, du kannst die Gruppe, Tiger Production und In-Game Boost zu kaufen. Ich werde es gar nicht kaufen. Ich kann nicht zu meinem Boden für Free kaufen meine Freunde, für Free, für Free. Nein, das will ich nicht. Das will ich nicht meine Freunde, das will ich nicht. So, ich brauche Cash Ronne meine Freunde, Cash Ronne. Sehr schön, wow, 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 wow. So, dann wird's schon regezwungen. Das ist schon ein Arcade Automat meine Freunde. 500 Hammer meine Freunde, 500 Hammer. Let's go, brauchen wir 1K. 1K brauchen meine Freunde, 1K. Für. Also da ist ich mal richtig mit Werbung zugebombt meine Freunde, zugebombt. So, dann haben wir einen Tausender. Dann können wir mal die Wand kapfen meine Freunde. Die wird einfach so erscheinen meine Freunde. Mega nice. Dann brauchen wir 1K. Später. Ein paar Spiele auf deutscher. Weil sie hat anscheinend ganz gut, seit ich spiele meine Freunde. Sie hat anscheinend ganz gut, seit ich spiele meine Freunde. Sie hat anscheinend ganz gut. Da gibt es noch Autos, Autos und so. Aber. Es gibt 5 Staken. So, let's go, haben wir's. Sehr schön. Jetzt brauchen wir 2K meine Freunde. Wir brauchen 2K. 2K. Jetzt gibt es ein 100 Stelle. Aber das dauert ein bisschen, meine Freunde. Das dauert ein bisschen, meine Freunde. So... Komplett Gefühl zurur und Fläche, vielleicht wird's besser... Vielleicht wird's ein bisschen... Man braucht Battles 2000, meine Freunde. 2K. Was bouillst auf g drives? man kriegt die Wahl 2 meine Freunde, die Wahl 2 Arcade Machine 3 meine Freunde, 3000 was sind das für Arcade Machine meine Freunde kriegt man recht, das ist Grau und das andere ist die Greed ok, dazu machen wir 3,5 machen wir uns jetzt so einen Fernseher, favorite und like, komplette Eigenwerbung meine Freunde, komplette Eigenwerbung jetzt ist geil, sag es eigentlich zu meinen, sag es eigentlich zu meinen neuen T-Shirt meine Freunde steht DSR Match, vorne steht DSR Match, mein kleines Logo meine Freunde und seitlich, wenn man sich bewegt, sieht man was grün ist, soll das der Mojita sein meine Freunde, der Mojita das hat der Mojita sein meine Freunde, Mojita, aus Italien das hat er die gemacht, der Tom Tu, Tom Tu, hat das gemacht, der beim Metzis, ein übrigens ist von Tom Tu gekauft, für 5 Flobax meine Freunde, der hat er wirklich super, super, das ist ein seitliches, mega nice das hat er super gemacht, meine Freunde, das hat er echt super gemacht, so machen wir gleich schon mal hin wunderbar, jetzt haben wir die dritte dritte Arcade Machine meine Freunde, der Power ja Tür können wir auch schon kaufen meine Freunde jetzt haben wir schon eine Tür meine Freunde so eine Tür haben wir, dann können wir noch für Besitzer das ist ja geil meine Freunde jetzt braucht man eine Pizza, da braucht man 5 Gramm also DSR Match Arcade ist das meine DSR Match Arcade naja da muss ich sagen, dass man Watch Dogs einfach irgendwie momentan lieber 5K haben wir, oder? so und jetzt kommt die Pizza ja über das passivereinnahmen 100 100 pro Sekunde das ist aber nicht schlecht wir brauchen 3K, 4K wir brauchen ein bissl und geht alles an so, let's go lass uns gleich der eine kommen jetzt haben wir eine Soda Maschine eine Soda Maschine dann kann man sich alles runter sodern was man will meine Freunde so 3 3 2 4K ah das sind die Customers die Customers sind das meine Freunde die Customers was nehmen wir den zu eigentlich rein 250K das ist nicht schlecht das ist echt nicht schlecht das ist echt nicht schlecht so und jetzt noch 3K für Küche sehr schön wunderbar wunderbar meine Freunde das ist das jetzt brauche ich 8K für die Arcade Maschine meine Freunde ich muss aufpassen dass ich durch die Werbung hindurch laufe brauche 8K jetzt sind wir auf 250 im Moment 250 2.000 2.000 die 8K haben wir meine Freunde die 8K haben wir let's go jetzt haben wir Einnahmen 50 50 50 50 50 52 53 50 50 50 das ist gut 50 50 50 50 50 50 50 55 50 500 50 55 50 55 56 50 65 50 50 50 65 65 50 65 ich brauche denn sie blickst 5k brauche zum besten was uns das durchzeichen super kaffen wird kraft so ist aber eine kraft als ich sogar bei wenig kraft kaffee war eine kraft wie kaffee so sind total die chance prinzip die kraft gut aus prinzip da die tonne kraft und alle sagen wir du schweiß wiesen du blädi und bums mehr zu mit laut werbung klappen werst du bist 10k brauche da 10k darüber zu wenig jetzt haben wir 10k die bringt noch mal 100 das ist sehr gut ja ist nicht schlecht das ist so die man schon kennen als andere aber die preise anpassung ist ja komplett für den huger und die preise sind exorbitant man kriegt 5 prozent geldbono ja da ist vielleicht nicht schlecht aber frei wegteile ich mache schon rein aus protest jetzt kommen wir da ein bisschen mehr cashen ohne 100 sehr gut bayer kein maschine für 10k meine freunde für den das haben wir jetzt gleich mein freund jetzt geht es schnell so 10k haben wir meine freunde jetzt haben wir doch mal schon meine freunde jetzt haben wir doch mal schon meine freunde jetzt haben wir doch mal 8k für die wand die haben wir schon oder jawohl haben wir auch keine für die wand die wand 8.000 ich brauche jetzt 10k für einen morph ich hab noch nix ich hab noch nix meine freunde ich hab noch nix es ist nicht der marius oder es ist auch wieder marius oder oder wer ist das das ist nicht der marius meine freunde keine ahnung wer ist jetzt haben wir einen gamer morph jetzt können wir uns da ummorgen meine freunde jetzt bin ich auch so yeah das ist geil 15k gamer morph brauche ich war schon 15.000 meine freunde aber die haben wir wir haben sie meine freunde 15k gamer morph ja geil geil jetzt eine wand für 12k kaufen ja spiderman 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 ja spüß für meine augen ist das komplett also für meine augen für mein persönliches empfinden ist das komplett komplett von hugo komplett spät 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 poppen dem es gibt nichts nerviger war warum privat also wenn im monat eine halbe stunde aktiv ferns und das ist alles das ist alles bin ich nur im internet unterwegs und so kaffens maschine waren der zu 20k maschinen sprach man merke ich schon die geilen autos überseiten flitzer meine freunde so ein 16,9 6.000 6.000 wieder bei 6.000 machen wir gleich 10 meine freunde machen gleich 10 voll ohne immer dran 10 voll das da ist ein bisschen nur 100 sehr gott nur mein gott 100 sehr gott was gibt es jetzt so draussen Auto kaufen, 20k meine Freunde, 20k und ich habe Auto, 20k und ich habe Auto, ich bin gespannt was das für Auto ist Das ist aber nicht schlecht meine Freunde Ich habe keine Ahnung was der da jetzt macht, aber schauen wir mal, vielleicht geht das gerade so Das Auto ist absolut Hoffnung, aber ich fahre jetzt die Zahl zu Ende, es kann nur sehen dass es kaputt ist Das wäre ja absolut mega nice meine Freunde Das ist wirklich ein Schrotzspiel, also sagen wir mal, die Grafik kannst du dir sehr super, also da darf man gar nichts haben Aber sonst von der Mechanik, komplett überladen Auto von K50 Ich glaube das ist noch hin Ich glaube das ist noch hin Ich glaube das ist dann hin meine Freunde Ich bin noch nicht Ich bin noch nicht Und ich bin noch nicht Und das kann man sich gegen Robox kaufen. Ja, jetzt habe ich 13 Minuten gestreamt, meine Freunde. Ich spreche den Stream jetzt von dieses Robox-Spiel an, meine Freunde. Das gelang natürlich auch auf YouTube. Für mich absolut Schmutz. Also für den anderen vielleicht Ding, aber für mich Schmutz. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns später nur mehr. Und sage tschau, servus und baba und danke fürs Zuschauen.